Sport Klaassen, Ihr Sport 2000 Händler mit der Riesenauswahl an Sport und Outdoor auf 3000 Quadratmetern. Jetzt auch online. Besuchen auch Sie uns. In der Jännlter Kirche geht es geheimnisvoll zu. Oder besser gesagt, unter ihr. Dort sind in einem alten Gewölbe Angehörige der Fürstenfamilie begraben, die den Ort einst mit groß gemacht hat. Seit Jahrhunderten liegt sie hier beinahe unberührt. Nur Ruhen, das machen sie nicht unbedingt. Ihre Geschichte lebt. Pastor Sieg Postmar ist bereits unzählige Male in die Gruft hinabgestiegen, um Besuchern von den hier Liegenden zu erzählen. Wer ihm folgt, taucht in die Vergangenheit ein. In der Gruft liegen Angehörige der Familie Kniebhausen. Familie zu In- und Kniebhausen. Und diese Familie hat im 16. Jahrhundert Jännlt quasi erworben. Mit allem drum und dran, allem was dazugehört. 350 Hektar Land und alles was an Häusern da war. Natürlich auch die Kirche. Und die Verbindung ist, wenn man so will, geblieben. Bis ins 20. Jahrhundert, 1924, bis dahin galt das Patronatsrecht. Und der erste, der hier beigesetzt worden ist, war Dodo zu In- und Kniebhausen, der im Dreißigjährigen Krieg auf protestantischer Seite eine maßgebliche militärische Rolle gespielt hat. Und nicht ganz unwichtig, er hatte das nötige Kleingeld für die Gruft. Denn das war damals neu und absoluter Luxus. Die In- und Kniebhausen sind schon lange tot. Aber... Sie treiben uns auch um. Sie erzählen uns noch ihre Geschichten, wenn man so will. Zum Beispiel Verwechslungsgeschichten. Lange Jahre glaubte man, dass der Lütitzburger Dodo, der immerhin in Diensten vom mächtigen Schwedenkönig Gustav Adolf gestanden und manche Schlacht geschlagen hatte, hier in der Mitte liegt, im prächtigsten Sarkophag von allen. Ich denke, das ist wahrscheinlich irgendwie typisch menschlich, vielleicht auch männlich. Ich weiß es nicht, weil natürlich hatte Dodo eine herausragende Stellung, hatte ein besonderes militärisches Geschick. Und das heißt, der hatte gefühlt schon so etwas wie ein Podest. Und deswegen der Gedanke, das kann nur der Sarktodos sein. Und es steht ja auch drauf. Doch diese Inschrift hier ist ein neuzeitlicher Etikettenschwindel, wenn auch ein Ungewollter. Tatsache ist, hier liegt nicht Dodo, sondern eine Frau. Oka Johanna Rippa da, Dodos Schwiegertochter und die Frau seines Sohnes Enno, der direkt daneben ruht. Dodo selbst liegt übrigens hier rechts hinten. Das wissen wir seit zwei, drei Jahren, weil ein niederländischer Historiker da ganz akribisch daran arbeitet. Ratma Alma heißt der, der immer noch und immer wieder Material zutage fördert. Beispielsweise ein tausend Rezepte starkes Buch, handgeschrieben von Oka aus ihrer Zeit. Die In- und Knipphausen halten also mehr als 300 Jahre nach ihrem Ableben die Menschen noch auf Trab. Oka Johanna war gut ausgebildet. Nach Ennos Tod heiratete sie erneut und kam sogar noch an den schwedischen Hof. Dass Dodo ein Feldherr und Kriegsunternehmer wie Tilli und Wallenstein war, ist schon länger bekannt. Aber das Wissen über seine ebenfalls bedeutende Schwiegertochter kommt erst nach und nach zum Vorschein. Die Frau war wirklich besonders. Die hatte einen theologischen Gesprächskreis, in dem ausschließlich Frauen waren, wo man sich über theologische Fragen auseinandergesetzt hat. Und so ist Pastor Sieg Postma sicher. Das Buch der Knipphausen ist noch nicht geschlossen. Da kommt noch was. Die Toten in der Gruft leben weiter. Die Toten in der Gruft leben weiter.